Letztens habe ich ein Video gemacht über die 5 längsten Sieglosserien in Europa. Da das Video bei euch sehr gut angekommen ist, mache ich dasselbe, aber nur andersherum. Im heutigen Video geht es nicht um die 5 längsten Serien ohne einen einzigen Sieg, sondern um die 5 längsten Serien ohne eine einzige Niederlage. Los geht's! Platz 5, Lavadia Thalin. Die Fans werden sich immer an unsere Serie erinnern, auch wenn ich zugeben muss, dass es uns lange Zeit an starken Gegnern gefehlt hat, sagte Lavadias Trainer Igor Prinz nach dem Ende der Serie von 61 Ligaspielen ohne Pleite im November 2009. Am vorletzten Spieltag der estländischen 1. Fußballliga setzte es gegen Transnava die erste Niederlage für den Hauptstadtclub Lavadia Thalin. Meister wurden die Estländer allerdings trotzten, mussten danach aber 4 Jahre warten, ehe es wieder für Platz 1 langte. Heute spielt Lavadia immer noch in der ersten Fußballliga, aber spielt hinter Flora Thalin nur noch die 2. Geige. Platz 4, Celtic Glasgow. Der Erfolgslauf der Schotten erstreckte sich unter Trainer Willi Marley von November 1915 bis April 1917. Der älteste Lauf hier in dieser Liste. Die Besten der damaligen Mannschaft von Celtic Glasgow hießen Patsy, Galege, Jimmy McMamini oder Alex McNeer. Alle 3 heute eher unbekannt, aber für die Schotten damals wichtige Faktoren für die Siegesserie. Celtic holte gleich 4 schottische Meistertitel in Serie. Was kein Wunder ist, bei einem Erfolgslauf von 62 Spielen ohne eine einzige Niederlage. Platz 3, Sheriff Tiraspol. Der moldawische Klubfußball wurde lange Zeit nur von einem Verein geprägt, Sheriff Tiraspol. Von 2001 bis 2010 holte Sheriff jeweils den Meistertitel. 2006, 2007 gelang dies sogar ohne eine einzige Niederlage. Diese Serie dauerte bis 2008 an. Eher ausgerechnet Erzrivale Zimbru den Lauf beendete. Platz 2, Lincoln Red Imps FC. Lincoln Red Imps FC ist ein Fußballverein aus Gibraltar. Er spielt in der Gibraltar Eurobet Division der höchsten Spielklasse Gibraltars. Mit 23 gewonnenen Meisterschaften ist der Klub Rekordmeister Gibraltars und der dominierende Verein der Liga. In den Spielzeiten von 2002, 2003 bis 2015, 2016 gewann der Verein 14 Mal in Folge die Meisterschaft. Bis der FC Europa 2017 diese Serie gebrochen hat. Zwischen dem 9. Mai 2009 und dem 19. September 2014 kam Lincoln Red Imps ohne eine einzige Niederlage durch Gibraltars erste Liga. Mit 1959 Tagen ist dies die chronologisch längste Serie. Platz 1, Stehoa Bukarest. Die mit riesem Abstand längste Serie ohne eine einzige Niederlage stellte der rumänische Top-Klub zwischen 1986 und 1989 auf. Stehoa blieb 106 Spiele ohne eine einzige Niederlage und holte dabei 5 Mal hintereinander die rumänische Meisterschaft. Ausgerechnet der große Rivale Dynamo Bukarest beendete den Lauf in der Saison 1989-90. Zwischen 1986 bis 1986 war der rumänische Hauptstadt-Klub nicht nur national erfolgreich, sondern in dieser Zeit mischte Stehoa Bukarest auch in den europäischen Pokalwettbewerben vorne mit. Bukarest gewann 1986 die heutige bekannte UEFA Champions League und schaffte es 1989 erneut ins Finale des Landesmeisterpokals. Wo sie allerdings gegen den AC Mailand mit 0 zu 4 unterlagen. Heute ist der Klub nicht mehr die erste Geige in Rumänien und sie sind auch immer seltener international vertreten. Seit Dezember 2014 darf der Verein auch nicht mehr Stehoa Bukarest offiziell heißen und wurde in den FC SB-Bund benannt. So das war's im Video. Welche Serie hat euch am meisten gefallen? Welche Serie hat euch am meisten überrascht? Habe ich vielleicht was vergessen? Vielleicht in zwei Jahren hat es Schalke 04 mal gebrochen von Stehoa Bukarest. Glaube ich nicht dran. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal und ciao.